Legen Sie sich auf den Rücken. Heben Sie den Kopf und lassen Sie dabei den Nacken entspannt. Legen Sie die Hände auf den Oberschenkeln ab. Spannen Sie die Bauchmuskeln an und heben Sie den Oberkörper an. Achten Sie darauf, dass die Hände stets fest auf den Beinen bleiben, während Sie sie bis zum Knie führen. Zurück zur Ausgangsposition.